Hallo zu Silent Hunter 5 und Herr Kalon und wir sind wieder in unserer Himmelsfilm-Fahrts-Mission. Da wir den Hafen angreifen. Schiff in Sicht. Kurs 3, 4, 9. Schiff in Sicht. Kurs 3, 5, 0. Und nun... Und... Viel erfasst! Rohr 1, los! Rohr 2, los! Neues Ziel wird erfasst! Rohr feuert 3! Torpedotreffer! 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 So. Rohr 1. Bereit. Komm, ich will hier hoch. Ja, bitte. Ziel erfasst. Rohr feuert 1. Torpedo-Tefa. Torpedo-Tefa. Torpedo-Tefa okeせaters. Torpedo-Tefa. 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 Da muss ich mich am Ende... ...an die... Das war's. Das war's. Der Anruf ist nicht für mich. Der Anruf ist nicht für mich. Der vor mir muss noch einer sein. Der Anruf ist nicht für mich. 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 Dann wollen wir noch mal laden. Ach so. Wir haben nicht für mich. Ich bin 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 für mich. Komm, du bist doch weit weg So lang Nicht Todkörper Nicht Todkörper Flakgeschützeinsatz bereit Spiel speichern So, jetzt versuche ich noch Ein drittes mitzuholen Äußerste Fahrt voraus Schiff in Sicht Kurs Maschinen, stopp Wir haben nicht genügend Wasser Unter dem Kieler Kallein Schiff in Sicht Schiff in Sicht Schiff in Sicht Druckkörper gerissen Wassereinbruch unter Kontrolle Druckkörper repariert Druckkörper gerissen Druckkörper repariert Schiff in się Schiff in informing Schiff in sich Schiff in die Schiff in mak centers Charoo Schiffin Schiff in der Schiff in Schiff in Schiff in Batterien beschädigt! Wassereinbruch! Druckkörper schwer beschädigt! Druckkörper schwer beschädigt! Wassereinbruch! Hauptpumpe ausgefallen! Seerohr beschädigt! Batterien beschädigt! Wassereinbruch unter Kontrolle! Wassereinbruch! Druckkörper schwer beschädigt! Dieselantrieb nicht einsatzbereit! Unterwasserantrieb nicht einsatzbereit! Äußerste Fahrt voraus! Wassereinbruch unter Kontrolle! Mist! Mist! Minimal! Minimal! Ganz klein bisschen... So... Den schaff ich noch! Den einen schaff ich noch! Bin ich mir sicher! Muss nur aufpassen wie... Schiff in Sicht! Kurs 3, 4, 5! Nöööööööööööööööööööööööööööö. Habe ich die nicht schon... ...versenkt? Mist! Ich hab doch, die speichert, nachdem ich... Neues Ziel wird erfasst. Ich habe die Tür. Ich habe die... Dann muss ich mich stoppen mit dem Beiden. Zufrieden geben. Ich habe die Funkanlage repariert. Zufrieden geben. Zufrieden geben. Den Torpedo werde ich nicht nochmal an die Felsschwanderen... Funkanlage beschädigt! Zufrieden geben. 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 Schnellst du denn Wege verpissen hier? Okay, da ist noch eine Escorte, das ist doof. So. Neuer Wegpunkt, Kurs 3, 5, 7. Neuer Wegpunkt, Kurs 1. Neuer Wegpunkt, Kurs 4. Neuer Wegpunkt, Kurs 4. Neuer Wegpunkt, Kurs 4. So. So. Ne. Ich fahre jetzt nach Hause. Ich habe fast keine Munizoma. Keine Ahle. Neuer Wegpunkt, Kurs 4. Neuer Wegpunkt, Kurs 3. Neuer Wegpunkt, Kurs 5. Einfach beenden, so. So. Maschinen, stopp. So. Gut. Wir haben's. Willkommen zurück, Herr Collor. Glückwunsch. Gute Arbeit. Ich bin sicher, dass sich das britische Kriegskabinett in diesem Moment über ihre Erfolge unterhält. Nach unserem erfolgreichen Blitzkrieg durch Frankreich haben wir jetzt Zugang zu strategisch wichtigen Basen, von denen wir direkt in den Nordatlantik kommen. Das bedeutet, dass unsere U-Boote jetzt die britischen Nachschublinien angreifen können, die außerhalb der begrenzten Reichweite ihrer Eskorten liegen. Wir wollen diese Entwicklung ausnutzen und gruppieren unsere Boote an der Front um. Sie werden umgehend zur zweiten Flottille abkommandiert, die jetzt in Lorient liegt. Unsere laufenden Bemühungen gegen britische Geleitzüge treten in eine neue Phase ein. Denn wir haben nun genügend Boote, um zum ersten Mal auf die Rudeltaktik zu setzen. Wie von Viteradmiral Dönitz vor dem Krieg beschrieben, können mehrere eng zusammenarbeitende U-Boote leichter gelaufen. Wie von Viteradmiral Dönitz vor dem Krieg zu sagen. Bitte... Hunderttausend haben wir ja schon geschafft. Ja... Fffffft... Fffft... So, dann werden wir nächstes Mal da hinzufahren Und ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal